Ja, herzlich willkommen, liebe Linux-Freunde, hier bei Let's Play Sanctum 2 mit dem dritten DLC und hiervon die vierte Mission, also die letzte Mission, trägt auch passenderweise den Namen Letzte Hoffnung, und wir steigen mal ein. Vielleicht besiegen wir das Monster jetzt endlich mal, wobei ich hab so die Vermutung, dass es erst im letzten DLC passiert, wenn es überhaupt passiert. So, die gleichen Perks wie immer, die gleichen Waffen und den gleichen Charakter, und hier sieht's wieder schön aus. So, hier ist der Kern, es gibt zwei mögliche Wege, die sie nehmen könnten, einmal rechts lang, einmal links lang zum Kern hier. Hier oben können wir bauen. Ich vermute auch, dass hier oben, ich kenn die Web ja noch gar nicht, hier oben noch eine Quelle ist, wo welche rauskommen könnten. Ja, hier könnten auch welche rauskommen, das heißt, wir sollten die nachher nach links leiten. Am besten. Hier rüber, über die Brücke, das geht bestimmt. Jetzt kümmern wir uns erstmal um, was hier ist. Das heißt, wir lassen die erstmal laufen hier. Ein paar Plattformen haben wir ja durchaus. So, hier. Jetzt nicht, hier bauen wir weiter. So. Was kommen hier? Zwölf davon. Dann würde ich sagen, setze ich den hier hin. Versuche, den gleich so weit wie möglich hochzuziehen. Und das war's dann. Erstmal. Also, drohen raus und hoffen, dass es gut geht. Oh, sie kommen weg hier. Noch einer kaputt. So. 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 Einer war abgelenkt da hinten. Der geht den falschen Weg. So. Wo ist er? Da. So, Welle geschafft. Jetzt kommen sie, wie man sieht, von der anderen Seite. Das heißt, wir müssen sie erst mal ein bisschen ablenken hier. Jetzt müssen sie also oben lang. Da kommen 18 von den Kackläufern. Ich hab noch vier. Das ist gonna get him. So. Wie ist die Reichweite? Er würde sie erwischen. Wir ziehen ihn trotzdem runter. Und setzen ihn direkt hier hin. Aber vielleicht sogar hier hin. Und direkt upgraden. Ich glaube, Stufe 2 kriegen wir. 3 kriegen wir sogar noch hin. So, noch was kriegen wir nicht. Und deswegen overchargen wir den einfach mal. Und starten wir die Runde und direkt die Drohnen raus. Okay. Get ready. So macht das Spaß. Oder ob er in den. Da vorne werden sie so ein bisschen vom Turm in Empfang genommen. Aber trotzdem werden davon welche durchkommen. So, Welle geschafft. Es kommt aus beiden raus. Das war auch zu erwarten. So, zwei Plattformen habe ich noch. Hier kommen die Spucker. Den jetzt mal wieder runter setzen. Und nochmal. Jetzt müssen wir mal schauen, wie seine Reichweite ist. Fast bis hinten hin. Dann müssen wir noch einen bauen, der bis hinten hin geht. So, hier wäre ideal. Wir können ihn sogar noch eine Stufe hochsetzen. So, welche mache ich zuerst kaputt? Da kommen nur drei Spucker. Die brauche ich mich vielleicht gar nicht so kümmern. Aber die sollen nicht stören. Deswegen versuche ich die so schnell wie möglich kaputt zu kriegen. Jetzt komme ich schon die Kleinen hier. So, das war eine einfache Welle. Upgraden. Ich habe noch 50 Sekunden. So, hier kann ich nicht mehr viel machen. Sie muss jetzt halt hier weiter locken. So, ich kann nichts mehr bauen. Das heißt, ich muss diesen halt wieder overchargen. Das muss ich halt der nächsten Welle wieder rückgängig machen. So. Das ist jetzt echt gefährlich. Welle geschafft hier. So, den wieder abbauen. Der war ja overcharge. Der kann also wieder weg. So, Stufe drei. Erstmal brauche ich hier wieder weiter. So. So, ist glaube ich noch nicht sicher, welchen Weg sie da nehmen am Ende. Aber nun gut. Da kommen die Schweber raus. Ich könnte mal gucken, ob ich hier einen hinsetze. Einen Turm. Der benimmt die dann auch noch mitunter Beschuss, wenn sie da rauskommen. So wäre er sehr effektiv. Und ein Upgrade können wir uns leisten. Und der Rest hat wieder overcharge. So, es kommen sechs Schweber. Und da 18 Spucker. Nun gut. Ich tue es erstmal. Die Drohne auf die Spucker, weil die... ...nerven immer. Aber ich krieg's ja. Es kommen sogar welche durch, aber... Ich hab gleich noch einen Turm warten. So. Den Upgraden. Ich hab wieder noch 100. Das geb ich auch dem. Also wieder ein paar Plattformen übrig. Das müssten sie da lang. Jetzt kommen sogar... ...zwei große und 18 davon. Und da dasselbe. Können wir uns quasi aussuchen, wo wir zuerst hingehen. Oh man, wie das aussieht. Oh man. Aber es ist gut, es läuft. Ich habe hier keine großen Probleme. Jetzt kommen mir die Fliegenden ein. Er hat zehn Stück gleich. Ich habe leider keine Flak. Da hinten kommen nur die Hunde. Keine Fliegenden, okay. So, hat er den Schaufstuhl für drei? Ja. So, das kann ich aber auch nicht machen. Das Einzige, was ich noch machen könnte, wäre die hier verlangsamen noch ein bisschen da hinten. Das mache ich vielleicht sogar noch hier. Ach, warum verlangsamen? Ich kann es auf jeden Fall hier dran langziehen noch. Ich habe noch sieben. Das ist dann also auf jeden Fall an der Waffe vorbei. Und da ich will, dass die so viel möglich Schaden mitnehmen, würde ich sie hier hinstellen. Wobei, hier würde sie für den anderen Weg ein bisschen mehr bringen. Aber hier halt mehr hier. Das ist die Frage, was ist mir wichtiger? Behalte sie da. So, er geht bis zur Mitte der ersten Reihe. Das heißt, ich muss irgendwas anderes dahin bauen, was das dann wieder abfängt. So, wäre, glaube ich, ganz passend. Ja, hierhin. Also, ich konzentriere mich erst mal nur auf die Fliegenden hier. Damit wir die fix los sind. Weil meine Waffen da ja nicht viel bringen. Oh, was sind sie? Sind sie schon kaputt? Ich habe hier eine kleine Begrenzung drin. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Zeit. Ich könnte sie hier nochmal verlangsamen ein bisschen. Viel bringt es mir nicht, aber immerhin etwas. Jetzt kommen die überhaupt. Acht Glühbirnen und 30 von den Läufern. Hier könnte ich sie auch nochmal. Naja, ich werde den overchargen. 30 Stück, die muss ich jetzt mal, die müssen erst mal besicht werden. Aber wie es aussieht, habe ich da nix so die Problemchen hier mit. So, Bild hält wieder an. Egal. So, wie weit sind sie? Kommen sie schon hier an? Ja, da kommen die ersten. Na, das werde ich zufrieden haben, bis das hier durchkommt. So, auch geschafft. So, jetzt wird gleich irgendwann ein Boss kommen, ist die Frage, wann und wo. Ich nehme mal an, dass er hier wahrscheinlich irgendwo kommt. 20. 68. Die Frage ist, wo stehe ich noch den anderen Turm hin? Vielleicht einfach mal ganz zum Ende. So, welche wollen wir zuerst kaputt machen? Die Kleinen sind mir eigentlich scheißegal. Ich stelle mich hier oben hin. So, hier komme ich hin. Oder hier gehe ich hin. Hier kommen meine ersten Opfer. Ja, hier kommt er halt durch, momentan noch. Aber... So, letzte Welle. Sieht gar nichts von beiden nach dem Boss aus. Und auch drei kommen davon. Gut, das könnte bedeuten, dass er hier quer durchgehen will. Das heißt, ich werde den überchargen. Und wenn man irgendwas ausdenken, dass ich den am besten ablenken kann. Oder ich lasse es einfach drauf ankommen und lasse ihn laufen. Also ich glaube, der macht ja nichts kaputt, sobald er keine menschlichen Gegner hat. Wie weit war die Reichweite von ihm? Fast bis zu mir, ne? Das wird ihn verletzt. Das wird ihn verletzt. Das wird ihn verletzt. So, ich ziehe es einfach hier runter. Warum durfte ich das machen? Ach, hier oben habe ich es freigelassen. Auch eine nette Treppe, die ich hier gebastelt habe. So, hiermit kann ich vielleicht ein bisschen aufhalten, hoffe ich. Ich glaube, das sind drei Bosse wirklich. Ich werde es überleben müssen. Ich muss hier weg. Er darf mich nicht sehen. Ich muss auch seine Reichweite bleiben, sonst greift er mich an. Drei Stück ist ja wohl echt brutal. Ah, bis jetzt läuft es noch gut. Ich glaube, der erste ist gleich down. Ich versuche, den mal zu treffen. Einer ist down. Zwei. Komm, den dritten kriegen wir auch noch hin. Jetzt muss er nämlich nochmal an der Kanone vorbei. An beiden. Das war's. Gucken, ob noch ein Outro kommt. Ich glaube nicht. Oder? Es sagt nichts danach aus. Oder doch? Schwedisokoll. Hatte zweiter Schuss. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt down. Jetzt aber. Los, bah! Der lebt immer noch. Er fällt. Er fällt. Er fällt. Bah! So, haben wir geschafft. Aber es gibt noch einen vierten DLC. Und den werden wir dann als nächstes machen. Das sehen wir dann im nächsten Video. Da sind wir auf den Ark-Inseln. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ja, das Tor zur Ark ist dann unser nächstes Video. Bis dahin, macht's gut. Ich bin raus. Euer PlayX. Tschö. Bis dahin, ship 누 aka Onle. Jalain pot. Not 함께 mal mit dem sichernot. Jaso. Tschö. Jalain pot. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Psychology.